Die eine Alternative, Israel entwickelt sich in Richtung eines völkischen, rassistischen, fundamentalistischen Staates, so wie es sich diese Regierung wünscht. Oder Israel entwickelt sich in die Richtung, in die der Zionismus von Beginn an sich bewegen wollte oder sich bewegt hat. Man muss die Literatur gut genug kennen, um zu wissen, das, was sich heute als Zionismus oder Ziel des israelischen Staates präsentiert, ist eine krasse Abweichung von dem, was man sich früher vorgestellt hat als Ziel für den Zionismus, für diesen Staat. Also hier sieht man diese Gabel, das ist ein Entweder-Oder. Und deswegen ist das jetzt noch krasser als zuvor. Nach dem 7. Oktober haben die nationalistischen, völkischen Kräfte, die schon ein Jahr zuvor an die Macht gekommen sind, noch ein Impetus bekommen. Es geht also um ein Entweder-Oder, darum geht es und deswegen dieser Untertitel. Das ist ein Entweder-Oder, darum geht es um 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 ein Entweder-Oder, darum geht es Vielen Dank.